Ein Programmierer ist ein Softwareentwickler, der sich auf die Programmierung von Software spezialisiert hat. Ein anderer Name für Programmierer ist manchmal Computerprogrammierer oder Anwendungsentwickler. Softwareprogrammieren ist etwas, das nicht jeder einfach so machen kann. Einfach ausgedrückt bedeutet Programmierung, dass ein Programmierer einen Text schreibt, den ein Computer lesen kann. Ein Programmierer schreibt in einer speziellen Programmiersprache. Der Code, in den ein Programmierer schreibt, wird als Quellcode bezeichnet, der später in eine Maschinensprache umgewandelt wird. Der Schwierigkeitsgrad und der Umfang einer Programmiersprache können sehr unterschiedlich sein. Als Programmierer arbeiten sie im ICT-Bereich. Um als Programmierer arbeiten zu können, ist es ein Muss, logisch denken zu können. Das Erstellen von Software ist wie das Bauen eines Hauses, aber auf dem Computer. Der Beruf des Programmierers muss auch als ziemlich allgemein angesehen werden, da ein Programmierer auch auf bestimmte Formen der Programmierung spezialisiert sein kann, da es verschiedene Programmiersprachen gibt. Heutzutage kann der Beruf des Programmierers als ein wichtiger Beruf angesehen werden, da eigentlich jeder Software verwendet. Die Nachfrage nach guten Programmierern ist sehr hoch, da viele Unternehmen Programmierer einsetzen. Das Erlernen des Programmierens ist im Allgemeinen nicht sehr einfach, da Computersoftware ziemlich komplex ist. Im Allgemeinen lernt ein Programmierer zu programmieren, indem er viel übt, sodass das Programmieren langsam erlernt wird. Abhängig von der Art der Arbeit kann ein Programmierer komplette Programme oder einige Teile eines Programms schreiben, wenn es sich um komplexe Software handelt. Logisch und strukturiert zu arbeiten ist als Programmierer sehr wichtig. Auch das Erkennen von Programmierfehlern tritt häufig als Programmierer auf.